Grüß euch! Heute sind wir im Siesertal unterwegs. Wir wandern hier vom Tollstoss vom Parkplatz aus zu den Umwaldholmen. Kommt mit! Ein super Weg, ein fähriges Panorama, wo es echt wahnsinnig viel Schnee steht. Musik So, die Winterstreifen sind jetzt angekommen bei der Umwaldalben. Haben jetzt mal eine kurze Hilfe verdient. Aufstieg ist Stopp. Das Winterverhältnisse sind ja mehr Schnee und man landet hier eigentlich nicht mehr. Jetzt werden wir hier ein bisschen asten und dann gehen wir wieder weiter. Musik 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 Vielen Dank. Ja, meine Seimruhe auf der Uweldalben, wir haben eingekehrt, haben wir gut gegessen, oder? Ja. So Stefan, Abfahrt am Ager, Gemeinschaft. Ja, super Piste, perfekte Feldmüseer, wenn auch noch mit den Rodeln oder so, ist super. Cool, kann man gleich weiterempfehlen. Ja, also der Top war heute der Hammer, also der Top war super und ja, auf jeden Fall kann man das weiterempfehlen. Ja, und ich sage, wir brüchen langsam auch, oder? Ja. Ja, liebe Leute, wir sehen uns dann. Nächsten Video. Ja, danke.